Jedes Jahr zu bestimmten Zeiten finden sich viele Weinliebhaber in der Thermenregion Niederösterreichs in einem kleinen Ort namens Soos ein, um dort den puren Genuss zu frönen. Dann nämlich öffnet der 67er, ein heurigen Lokal der Sonderklasse, seine Tore. Wer sich in dem heurigen Restaurant niederlässt, kann sich aber nicht nur über erlesene Weine freuen, die schon zweimal mit der AWC Goldmedaille prämiert wurden. Das Winzer-Ehepaar Thomas und Petra Steiner kredenzt den Gästen zusätzlich leckere saisonale Schmankerl in behaglicher Atmosphäre. Wer die Gaumenfreuden aller Art lieber im Freien zu sich nimmt, kann es sich auch im großen Gastgarten mit Loungebereich gemütlich machen. Die Winothek des Hauses steht Gästen außerdem jederzeit nach telefonischer Vereinbarung offen und die Räumlichkeiten haren auch außerhalb der Aussteckzeiten ihrer Feierlichkeiten. Weitere Informationen zum Lokal und den genauen Aussteckzeiten erhalten Sie unter www.steiner67er.at 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 www.steiner67er.at